Norddeutscher Rundfunk 2021 Man weiss nicht, wann es anfängt und nicht wie es Ende geht. Jeder erlebt, so muss die Tür weil ihm keine die Borde trägt. Im Engse ist doch verkatzt gewesen, bist gestangen wie vor einer Wand. Es träumt von der Taube auf dem Dach, nicht vom Spatz in der Hand. Stürmische Zeiten auf dem langen Weg von gestern bis heute. Stürmische Zeiten, die Kraft brauchten, und trotzdem schaust du jemanden zurück. Stürmische Zeiten, und jeder trifft sie nah auf seinen Walz. Stürmische Zeiten, und gäbe sie nicht, fehlt dir in dieser Soppe Salz. Zwei Schritte, die du vorwärts gemacht hast, bist einer für sie gekommen. Langsam hat es dir gedämmeriert, es sei halt im Leben so. Du hast versucht, es mit Anstand zu nehmen, hättest du dich fast eingeschickt. Dann hast du dich plötzlich wieder gewehrt, und am Universum rumgeflickt. Stürmische Zeiten auf dem langen Weg von gestern bis heute. Stürmische Zeiten, die Kraft brauchten, und gleich schaust du zurück. Stürmische Zeiten, und jeder trifft sie nah auf seinen Walz. Stürmische Zeiten, und gäbe sie nicht, fehlt dir in dieser Soppe Salz. Und wenn dir mal der Sturm sich legt, und du ziehst die Bilanz, dann wünsch ich dir, du schaust zurück, ich sei sogar ein wenig stolz. Du hast versucht, so gut du kannst, den Kopf nach oben zu haben. Das Gesicht im Wind, die Augen offen, für die Welt ein schnippel in die Schlacht. Stürmische Zeiten auf dem langen Weg von jedem von uns geht. Stürmische Zeiten, und gäbe sie nicht, fällt dir die Hefe in den Teig. Stürmische Zeiten, und jeder trifft sie nah auf seinen Walz. Stürmische Zeiten, und gäbe sie nicht, fällt dir in dieser Soppe Salz. Juhu! Juhu! Applaus Applaus Merci. Ui! Das ist kein Salz und eine Suppe. Ich habe ein Lied ausgebaut, das ich hatte, dass ich gut passe. Zurückschauen, stürmische Zeiten, die wir alle im Leben haben. Wenn Peter vorne geht und sein Song singt für uns, muss man das ganz klar hervorheben und sagen, da hat es mich gefreut und das habe ich gespürt. Dort habe ich irgendwie alles um mich herum vergessen. Die Kameras sind 15 Leute um einem. Dort war ich voll bei ihm und ich fand es mega schön. Es ist ein spannender Fernsehschimmer. Einerseits habe ich für sechs Leute gesungen und im Hinterkopf schauen noch ein paar Hunderttausende mehr zu. Für mich war es schön. Ich habe mich gefreut, dass ich auch noch ein Lied singen konnte. Ich habe mich gefreut, dass ich auch noch ein Lied singen konnte. Ich habe mich gefreut, dass ich auch noch ein Lied singen konnte. Ich habe mich gefreut, dass ich mich nicht haben kann. Ich habe mich gefreut, dass ich für sechs Leute tun kann und ich meine Pilbete nicht einsteig. Ich habe mich gefreut, dass ich uns für fünf.